Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ-Team und ich heiße es hierherzcom in Mordhau. Ich bin wieder in der Frontlinie-Action gelandet und werde gucken, ich habe keinen neuen Recken gebaut, mal dazu. Ich weiß noch nicht was ich finde, ich fand den geil, heckt doch voll aufs Maul. Fand ich einfach immer nice, Sparta war jetzt nicht so mein absoluter Bester, der Drachenwächter, da muss ich mir den Namen nochmal verändern oder ich muss ihn nochmal verändern. Ach ja, komm. Bock. Irgendwie habe ich auch meinen Falgenbock. So. Ja. Ich habe mich immer noch nicht umgestaltet, das Ganze, ihr seht. Äh. Was zum Kaufen machst du da? Irgendwie muss das einer mit wenig Krips sein. Okay. Oh, sauberer Pfeffer, aber leider, leider. Oh, was war das denn jetzt? Ich wollte gerade schießen, ich wollte gerade anspannen und er hat gerade gar nichts gemacht. Finde ich scheiße. Finde ich echt scheiße, dass er das bei mir so macht. Keine Ahnung, was das jetzt war, Leute. Aber es gab wieder ein Update, kann sein, dass hier die Tasten sich wieder verändert haben und ich da entsprechend halt nicht so arbeiten kann. Ah, ich brenne, ich brenne. Hilfe, lass mich raus. Lass mich. Ich will nicht brennen. Feuer ist nicht mein Ding. Ich hasse Feuer. Nein, Spaß. Eigentlich ist Feuer ganz praktisch. Äh, ja, nee. Nehme ich nicht. Oh ja, das ist schon eine Idee. Das ist eine sehr schöne Idee. Äh. Ah, ja. Ach, diese Ungewöhnung. Ähm. Ich bin doch blau. Oh, fuck. Ich habe jetzt echt gebraucht, um zu wissen, hey, Moment mal, ich bin doch blau. Warum mache ich den nicht kalt? Ähm. Ich weiß auch nicht, was mich jetzt hier, äh, keine Ahnung. Irgendwie, irgendwie habe ich da jetzt, äh. Hallo? Ich drücke F. Autsch. Okay, der hockt da oben und freut sich seines Lebens. Ähm. Ich fand ja ein bestimmtes Waffe. Der Tod. Lass mich doch mal. Ach, Kerle. Komm her. Also, ich kann es euch nur verraten, was das ist bei mir. Ich drücke E und er macht was für ihn hier nicht. Okay. Keine Ahnung. Geht's mir aus, äh. Ich, ich versteh's aber nicht. Manchmal tickt das bei mir. Na, jetzt ist die Kunst, nicht die eigenen zu erwischen. Oh, shit. Warte mal. Ah, das klappt auf einmal. Okay, hier schießt irgendeiner mit ner Balläste rum, oder was. Ich bin ja nicht rechtzeitig gespannt zu schießen, ey. Was ist jetzt? Na, also. Ich muss da erstmal wieder reinschießen, ey, oder was? Oh, ich hab jetzt leider ein Pfeil in der Buss gehabt. Ach, Mann, ich hasse das mit... Ich kann euch nicht sagen, was das ist. Scheiße, ey. Verfickt er vielleicht. Achtung, Achtung. Jetzt wechsle ich jetzt auch einfach mal den Charakter. Okay, ich bin aber nicht tot. Ich wechsle mal den Charakter auf Nahkampf. Irgendwie bin ich heute mit dem Bogen überhaupt nicht drauf. Wie schön vergoldet's. Geil aus. So, darf ich jetzt endlich? Ja. Wunderbar. Ich wechsle erstmal den Charakter hier. Und wenn dann... Ja, nee. Hm. Ja, komm. Ich nehm den. Ist mir dann doch lieber... Muss dann nur rumschalten. Weil irgendwie spackt grad bei mir ein bisschen jetzt rum. Ich kann's euch nicht sagen, woran's liegt. Wie gesagt, kein Plan. Wie die Scheiße. Oh, das muss halt immer wieder mal so aussehen. Willst du mich verarschen? Du willst mich aber wohl verarschen. Du willst mich verarschen, mein Freund. Nur mit... Nur mit der Faust legt er mich um? Hier stimmt was nicht. Ey. Komm mal. Entwicklerteam. Was habt ihr hier eigentlich getrieben? Die anderen haben sich nicht verändert. Jetzt bekämpft er mich noch mit meinem eigenen Schwert, ey. Ich glaub's hakt. Was blockiert mich denn? Ey, ja, 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 ja. Das ist aber ne heikle Runde, muss ich sagen. Also jetzt lose ich hier richtig ab, Leute. Und darauf hab ich eigentlich gar keinen Bock. Wenn ich diesen Team nicht lege. Ups. Sorry. Probieren einen Schritt. Oh, da muss ich ein Eignung schrauben. Eignung ist verdunnelig. Bin ich aber nicht schön. Bin ich aber nicht nett von ihm. Wow. What the... Fuck. Alter, das Ding ist ja nicht schlecht, der Schläger. Glaub ich ja kaum. Hat der mich da wirklich entwaffnet, ey. Gibt's auch. Gibt's dann auch. Ist ein bisschen scheiße, aber... Ja. Okay. Ich glaub, wir werden uns eh mal hier begegnen. Komm, komm, komm. Ach, scheiße. Hier rennt einer mit der Bratpfanne wieder rum. Das ist auch witzig, ey. Immer, wenn ich einen mit der Bratpfanne rummache. Darüber... Zusammenarbeit. Meine HP geht wortlich hoch. Okay. Da war nichts mehr zu leicht. Hahaha. Scheiße, ey. Wir müssen weiter in die Position halten. Äh, wie die sich da verbarrikadieren. Das ist echt krank. Das ist noch kaputt. Ach du Gott. Du musst mich verarschen. Mit der Ewigkeiten, die ich da mal... Okay. Oh, danke, Bro. Oh, du hast mir den Arsch gerettet. Scheiße, ich hab grad'n Lauf. Nein, der Lauf ist vorbei. Scheiße. Ich hab' grad'n Lauf, Leute, ey. Fuck, Alter. Was war das denn? Ich bin einfach da rumgelaufen. Hab' losgelegt. Ich hab'n Lauf gehabt grad. 4 Leute hinter da da. Buh, 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 buh. Weg, alle. Okay. Ich bleib' weiterhin in diesen Aggressionslevel. Dann kann ich da ein bisschen... Alter, schon wieder der kleine Penner mit seinem... ...haben. Und dann, äh, groß hauen. Wenn eine stinknormale Faust hier einfach mal ein, äh, ins Nirvana schicken kann. Das glaubst du ja nicht. Das hat mir jetzt erst gebraucht, ich hab' mit dem hier ne Feuerbombe dabei. Kann ich so'n bisschen Action... ...abwenden. Äh, okay, der... ...löse ich jetzt nicht. Oh, Mann, ey. Au! Komm mal, spack die rum, oder was? Das Leben waren doch nicht mit Absicht. Ja, das muss ich jetzt. Ja, das muss ich jetzt. Okay, das ist mir... ...die Wacken auf der Hand ist ja. Jo, sehr gut. Yes, genau, yes. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh! Oh! Ich hab' grad'n Idee gehabt. Ich wollte grad'nmal so durchstarten, aber irgendwie... ...hat mein Kopf nicht mitgespielt. Ah, ich glaube wir verlieren Das wird eine Loser Runde Aber scheiß drauf Sind mir viele Bogen schützen oder was? Ey Ist das ein Knall oder was? Ja, mein Mann Ja, obwohl mir passiert das auch ziemlich oft Und das ist ja keine Absicht Oh, schade Das war keine Absicht, Jungs Irgendwie, ich glaube ich werde sterben Ja Er muss mir irgendwo Oh Woran ist der jetzt gestorben? Oh, guck mal Man kann mich unter Wasser sehen Oh, jetzt ist mir gefraut Ah, verdammte Kacke Ja, so langsam geht es leider los Jetzt wird es richtig heftig Okay Der King hat schlecht gebraucht Und trotzdem untergeben Naja, das ist ja nicht das erste Mal Das ist ja nicht so Das ist ja nicht so Das ist ja nicht so Na ja, war nur sein Bein. Hätte schlimmer sein können. Hätte es in den Kopf sein können. Oh, das war ein schöner Presser. Oh, schade. Oh, jetzt hab ich noch ein bisschen Lauf. Jetzt geht's. Das ist einer von den Gegnern. Der hier? Führt der zu uns? Ja, von der Ferne sieht das immer so scheiße aus. Gehen wir da unten mal hin. Oh, das war der Rapier. Das ist ein bisschen flinke unterwegs mit dem Rapier. Ja, muss ich die anderen sehen. Oh, damit ist die Smithy weg. Nein, sie ist noch da. Was jetzt? Ja. Aber wir könnten das vielleicht noch sch... Nein, könnten wir nicht. Ah, das ist der mit dem Rapier. Ah. Drongo. Drongo. Aha, merke ich mal. Ich weiß nicht, der Name. Trafen die ihn? Entschuldigung. Macht den Platz. Vielleicht hat er Fallschaden abgekriegt, den ist jetzt dauernd. Oh, glory! Oh, glory! Ja. 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 Oh, der Bogenflutze, der muss mal weg. Jo. Au. Ach, noch ein Pfeil. Zu viele Pfeile in mir drin. Oh. Das ist so. Hier sind nicht versehen. Nein! Du... No way! Scheiße! Woher? Wo kam das? Hier hockt doch irgendwo einer. Scheiße! Ich hätte jetzt die Balliste, äh, das Katapult beerdigen können. Scheiße war das. Aber ich schlack mich ein bisschen besser als sonst. Langsam geht's bei mir. Verdammte Axt, ey. Guck nicht auf mich. Ich bin gar nicht da. Bin ich hier durch, ohne zu sterben? Oh, ein bisschen schwer. Aber ich hab's geschafft. Ha, 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 ha. Er weiß nicht in dieser Folge. Scheiße, ey. Voll den Stalker gespielt. Jo. Der sieht die Radissen von unten, ne, Kollege? Ja. Jetzt einfach mal kopflos durch die Gegend rennen. Nein! Ich bin tot. Ha, 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 ha. Ja, genau. Alter Verwalter, das war jetzt aber wirklich wieder geil. Okay, ich glaube, langsam krieg ich den Bogen raus, Leute. man muss einfach nur kopflos durch die gegend rennen und sein schwert nach links und rechts schwingen und dann kriegt man schon genug raus allmählich habe ich den dreh raus glaube ich der typ auf jeden fall lang boge der eigene mann hat mich erschossen das ist sehr gnädig der eigene mann hat mich mit bogen erschossen also wollte er mich ja davor schützen durch feines ganz zu sterben das ist sehr nobel doch das katapult muss echt noch mal hinkommen so vier drei zwei ey wie kriegst du das so schnell hin ganz zu pech gehabt mein freund waren deine kumpels vor das hätte jetzt wunderbar funktionieren können mit der brandbombe da werden schön Alarm flammieren Katapult wäre eventuell kaputt gegangen noch ein Versuch aber erstmal muss ich hier Rache machen ich werde auch gleich was erreichen hoffe ich mal also es ist wirklich ohne probleme möglich hier auf die andere seite zu kommen das ist ja so easy gemacht mal beziehungsweise wunderbar wunderbar funktioniert scheiße aber die die Entwickler vielleicht doch noch mal in Betracht zu verändern. Ich weiß nicht. Könnte ja sein, dass es stört. Andererseits ich finde es geil. Oh je. Okay, hinter Schwert. Egal eigentlich welches Schwert, aber ist schon heftig. Oh. Oh. Oh shit, das ist er. Okay. Der Kopfflose Gabriel. Ja, hat jetzt leider, ja komm, das nennt ihr Sollz. Andererseits, ich habe vorhin auch ein eigenes Gehirn. Also, das war keine Absicht. Scheiße, das. Das hätte nicht passieren dürfen, Leute. Aber das andere vier Leute hintereinander, das ist jetzt der absolute Burner gewesen. Das ist mir noch nie passiert. Also so allmählich kriege ich den Dreh raus, wie das Ganze hier funktioniert. Einmal nach links und einmal nach rechts ausholen und dann geht das schon. Ist einfach mal nice. Aber warum ist mein Dreh weg? Egal. Ich finde es einfach mal geil. Ja Leute, dann, das war es schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Dann kommt ihm ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß hier in Morthau. Schlachtet schön. Schlagt Köpfe ab, Arme und Co. Was auch immer ihr da abhaut. Oder fucket was nir. Ich weiß ja nicht, was ihr da so noch so treibt. Ja und ansonsten, ja, bleibt weiterhin gesund. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Morthau. Ciao. Ciao.